Braucht ihr etwas? Bringt der jungen Mabel diesen Unsichtbarkeits-Schnaps. Seine Wirkung sollte so lange anhalten, dass sie Tommy Joe besuchen kann. Man sieht sie. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Braucht ihr etwas? Habt ihr Tommy Joe meinen Brief überbracht? Was hat er gesagt? Ach du liebe Zeit. Ich fühle mich schuldig, weil ich meine Familie täuschen muss, aber meine Gefühle für Tommy Joe sind einfach zu stark. Ich kann sie nicht ignorieren. Ich danke euch, mein Lieber. Ich werde den Schnaps trinken, sobald ich eine Möglichkeit dazu habe und mich zu meinem Liebsten schleichen. Und ihr, bitte nehmt dies. Mögen die Reisen sicher sein.